Musik Wisst du ja, ich dachte du kommst gar nicht mehr. Du musst erst mal die Klamotten aus der Pension holen, ohne dass die Alte das merkt. Hast die Miete geprellt, was? Ja du, für das Drecksloch müsste man nicht bezahlt werden. Unser Kahn ist auch nicht gerade das Helden. Aber man wird bezahlt. Ja, die heuer ist... Hast du deinen Reisepass dabei? Jaja. Sag mal, wo liegt denn eigentlich der Schiff? Wie, wo liegt das Schiff? Ja, wo liegt der Schiff? Du stehst direkt davor. Wie? Machst du Witze oder was? Du bist ein scheiß Kümo. Was hast du denn gedacht? Die Cap San Diego? Du hast gesagt, wir gehen auf große Fahrt. Nicht auf große Hafenrundfahrt. Ja, was? Wir fahren nach Brunsbüttel und dann durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Kiel, Malmö, Danzig und San Petersburg. Und wieder zurück. St. Petersburg? Du, warum nicht gleich durch die Nord-Ost-Passage? Ich meine, ich wollte in die Sonne! Ja, glaubst du, wir machen hier eine Butterfahrt ins Blaue? Wir arbeiten hier! In die Sön kannst du ja den Landgang legen. Oh ja, weißt du was? Du könntest mir mal Morskline. Ey! Bei mir heuert keiner ungefragt ab. Ach ja? Ja? Ach ja. Ja. Ich schon. Es ist einfach zu leicht. Ja. 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 Ja.